So, herzlich willkommen zu diesem Video. Neues Video, neues Thema. Heute geht es um die rahmenlosen Scheiben. Ist zwar auch noch der Tesla, aber bietet sich hier an, das mitzumachen. Andi, komm mal kurz hier ran. Was man hier beachten muss bei rahmenlosen Scheiben ist, am besten mit irgendeinem, man kann es mit einem Messer machen, man kann es ja auch mit so einer Pfeile machen, die braucht ihr sowieso später. Einfach hier quasi das Schloss umlegen, bis die Scheibe wieder ein Stückchen hochfährt. Dann im Prinzip einfach nur Folie außen auflegen. Nach Möglichkeit ein bisschen tiefer, dass man zum Beispiel solche Stellen auch mit abdeckt. So was zum Beispiel. Ich hoffe, er fokussiert. Ja, dann gehen wir mal ans Eingemachte. Ich nehme mir jetzt hierfür mal das andere Messer mit der 30 Grad Klinge, aber ich schneide jetzt auch nicht auf Glas. Ich nehme mir jetzt hier einmal den Sprüher und meinen Raquel. Mein weißes Orakel. Dadurch, dass das Folie jetzt hier schon ein bisschen länger drauf liegt, muss ich die nochmal neu nass machen. Da hat Andi sich vorhin Folie von abgeschnitten für die seitlichen Scheiben. Und beziehungsweise für die Kleinen halt so nass machen. Also ich könnte damit auch nochmal Folie sparen. Das heißt also, ihr schneidet oben an den Rand nochmal schön lang. Dann könnt ihr hier für die seitlichen Scheiben, den Rest noch nehmen, und gibt da nicht so viel Folie auf. Also theoretisch müsste auf jeder Scheibe eine ABG-Nummer sein, aber da, wo ich nicht unnötig Folie verbrauchen muss, tue ich das auch nicht. Oh, warte mal. Jetzt habe ich hier nichts drauf geachtet, kleinen Moment. Einfach erstmal so ein bisschen anrakeln. Das muss ich sowieso gleich wieder runternehmen. Brauche ich mal theoretisch eigentlich gar nicht anrakeln, aber ich mache es jetzt einfach mal. Jetzt möglichst genau, würde ich sagen, schneiden. Das macht das Pfeilen hinterher um einiges einfacher. Wie gesagt, ich habe jetzt die 30-Watt Menge, die ist um einiges schärfer. Werde ich jetzt einfach mal so dran langschneiden. Gut, auch passend auf die Gummi-Dichte und nicht einfach für den Anschneiden. Da am besten gleich mit dem Lineal nochmal nachschneiden oder so. Das bietet sich am allermeisten an. Wie gesagt, man könnte das jetzt auch nicht so sauber schneiden. Einziger Nachteil ist dann nur, dass es mit dem Pfeilen schwieriger wird. Je mehr Folie da oder je kleiner die Kante ist, die da übersteht, desto einfacher ist beim Pfeilen hinterher. So, haben wir jetzt grob zugeschnitten. Ich lege das Messer, obwohl das stecke ich mir kurz in der Tasche. Lege mir die Folie jetzt wieder so auf, dass ich unten einen kleinen Spalt habe und die föhnen kann. Übrigens, nochmal um auf das Thema Folie zurückzukommen. Wenn ihr ganz am Anfang seid und das noch nie gemacht habt, lohnt es sich wirklich, die Pantera zu nehmen. Weil es mit der echt wirklich einfacher ist zu arbeiten. Deswegen nehme ich die hier bei dem Tesla auch. Weil ich wahrscheinlich sonst bei der Heckscheibe verzweifeln würde. Mit der New Black Plus oder mit der Luma. Jetzt einmal den ganzen Überschuss wieder nach unten ziehen. Die ist auch relativ krumm, wundert euch nicht. Ich rede die ganze Zeit so, als würde das jetzt jeder nachmachen. Aber ich glaube, das machen wirklich die wenigsten. So, das hier jetzt nach unten ziehen. Wichtig ist, hier in diesem Bereich nicht sofort zu rakeln. Sprech aus Erfahrung. Damit sich die Nasen schön nach oben bilden, brauchst du dann noch ein bisschen Feuchtigkeit. Verstehe ich, was du meinst, Andi? Die Nasen, die du jetzt gerade wegrakelst. Ja, was soll man damit nicht machen? Soll man nicht sofort wegrakeln. Erst oben rakeln. Achso. Und dann an den Seiten. Achso. So, ihr seht, die Scheibe ist auch ziemlich krumm. Wir haben hier ziemlich große Finger. Auch bei den Scheiben spielt das übrigens keine Rolle, die heiß zerfüllen muss. Ja, wohl gar keine. Der klingt jetzt nur zum Beispiel ein bisschen zu groß, deswegen zeige ich den jetzt mal auf. Ein bisschen nach da, ein bisschen nach da. Das ist zum Beispiel der Nachteil, wenn man die Folie nass auflegt. Das ist halt alles sehr, sehr punktuell und sehr empfindlich. Gerade wenn man die Folie nass auflegt, bekommt man da ziemlich einfach Kratzer rein. Klicke, so, nicht Kratzer. Deswegen lohnt sich schon gerade die Heckscheiben nicht nass aufzulegen. Ich meine, ich habe auch so angefangen und gelernt, aber das ist eine blöde Technik, um heck zu sein. Ich würde es lieber direkt so lernen. Ich bin jetzt auch so ein bisschen der Liner kaputt gegangen, spielt aber keine Rolle, solange die eigentliche Fündungsfolie heile ist. Ich wundere sowieso, dass die so krumm sind diesmal. Weil beim letzten Mal waren die gar nicht so. Aber jetzt seht ihr, was ich meinte mit dem Nassauflegen. Das ist nicht so cool. Aber bei so einer Seitenscheibe würde ich jetzt nicht mit so einem trockener Kug arbeiten. Kann man machen, theoretisch. Wollen sie aber, glaube ich, nicht. Was ich eben schon erwähnt hatte, wegen diesen Stellen, die kann man ja nicht ganz bis nach unten schneiden. Ihr müsst natürlich kein Lineal nehmen. Vor allem müsste man das auch extra kaufen. Was man machen kann, ist einfach den Rakel nehmen. Aber dafür sollte der nach Möglichkeit auch relativ sauber sein. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht in den Rakel schneidet. Vor allem, dass wird es ja sowieso noch ein bisschen weggefeilt. Ich schneide jetzt einfach beide Kanten nochmal zu Ende. Runde mir das hier schon mal ab. Also man sieht schon so eine Scheibe, die man sich irgendwo auflegen kann oder hinstellen kann. Um daran zu arbeiten, macht viel, viel aus. Und sehr viel einfach. Ja. Und vor allem, ihr könnt auch einfach eine Glasfülle nehmen oder sowas. Es muss keine Scheibe an der Rand sein. Oder ein Spiegel. Das geht auch. Kann man ja auch irgendwie befestigen mit einem Holzrahmen oder so. So, wir werden jetzt einmal die Scheibe von innen reinigen. Die Ränder auf jeden Fall nochmal sauber machen. Wenn hier die Folie nicht hält, habt ihr ganz schlechte Karten. Bei den Scheiben hier braucht ihr euch jetzt gar nicht den Liner hängen lassen. Dann zieht den komplett ab. Kleiner Tipp noch. Nicht wie beim letzten Mal. Wir haben jetzt noch den Sprüher von Heckscheibe. Hier sind elf Spritzer oder elf Pumpstöße Film und drin. Würde ich definitiv ein bisschen weniger nehmen, damit das schneller antrocknet. Werdet ihr gleich sehen, was ich meine. Also hier hätte ich jetzt bei der Temperatur heute, wir haben die 25 Grad, wahrscheinlich so sechs Spritzer genommen ungefähr. So, Folie unten einfädeln. Und jetzt so platzieren, dass man hier auch wieder so einen kleinen Überstand hat. Je kleiner, desto besser. Aber er sollte halt schon über den Glasradius rüber gehen. Also oben der Überstand ist definitiv zu groß. Aber ich bin mit der Folie von außen auch zu tief gegangen. Dementsprechend werde ich mir das oben nochmal nachschneiden müssen. Aber was heißt müssen, werde ich machen. Um mir das Feilen einfacher zu machen. So, wieder mit dem Blumex rüber gehen. Andy, willst du nicht noch blöde Fragen stellen? Mir fallen gerade keine Ahnung, tatsächlich. Hm, das ist ja mal ein Wunder. Ja, sehr gut. So, also wie gesagt, ich lasse das jetzt erstmal antrocknen und werde dann die andere Seite vorbereiten. In der Zwischenzeit kann das schon mal ein bisschen antrocknen. Letzten Endes, je angetrockneter die Folie, desto besser, was das Feilen angeht. Das werdet ihr gleich sehen. So, wir haben jetzt die andere Scheibe gemacht, quasi wie die erste und haben die so ein bisschen antrocknen lassen. Und als allererstes, ich habe mir jetzt übrigens hier so eine Schlüsselfeile genommen. Weiß nicht, ob das so fokussiert oder nicht. Wie auch immer. Ist eine Schlüsselfeile. Könnt ihr googlen, wenn ihr nicht wisst, was das ist. Nehme ich mir das Messer nochmal. Ich habe hier eben, obwohl ich habe das falsche Messer in der Tasche. Und werde mir das jetzt noch ein bisschen kleiner schneiden. Das ist aber was, das ist ein bisschen sehr schwer, weil sich die Folie einfach, wenn sie noch feucht ist, immer so ein bisschen von der Scheibe wegdrückt. So, ich habe jetzt hier noch so einen halben Millimeter Überstand zum Ende des Radios quasi. So, jetzt schneiden wir hier die Ecken nochmal ein bisschen besser. Also ich glaube, das ist so klein, das können wir gar nicht filmen, was ihr jetzt meintet. Ich meine jetzt von dieser Seite, wie sich die Folie wegdrückt. Also ein bisschen das Blöde an dem. Man müsste eigentlich am allerbesten wirklich komplett antrocknen lassen und dann erst feilen. Aber uns fehlt jetzt auch so ein bisschen die Zeit dafür. So, das reicht mir jetzt erst. Andi, komm aber am besten wieder hier hin. Das brauchen wir ja nur einmal ganz kurz zeigen. Müssen wir ja nicht die ganz scheibe machen. Wir nehmen uns jetzt die Pfeile und halten die relativ flach, sodass wir an diesem Winkel sind. Und wenn wir jetzt feilen, feilen wir quasi die Folie ab. Erkennt man das? Der große Vorteil daran ist, wir haben zwischen Ende des Radios und Folienkante gar keinen Spalt. Überhaupt gar nicht. Und weiterer Vorteil ist, man fühlt nicht mal mehr, dass es eine Folie ist. Wie gesagt, die Folie ist eigentlich noch relativ feucht. Man könnte sie relativ easy wieder abziehen, um einmal zu zeigen, was ich meine. Wir müssen uns das einmal hier kurz ganz abmachen. So. Wir können jetzt hier so rüber gehen, ohne dass was passiert. Man spürt die Folie nicht mal mehr. Ja, und wenn man das dann komplett gemacht hat, lasst ihr am besten eine halbe Stunde stehen. Und danach könnt ihr dann wieder die Türen entriegeln, Türen zumachen und das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Für alle die, die einen Daumen runter geben, fickt euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Hallo, ciao.